Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd, erreichen wir am Nachmittag auf seinem Hof. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Die Bauern wollen weiter protestieren, planen Blockaden und Demonstrationen für die nächste Woche, obwohl die Bundesregierung einen riesigen Schritt auf sie zugegangen ist. Warum ist jetzt nicht mal gut? Weil das zwar ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber wie soll ich sagen, es passt vielleicht gut in die Zeit. Die Dämme waren lange aufgeweicht, was die Stimmung in der Landwirtschaft betroffen hat. Und die Dämme sind mit dem Vorschlag der Regierung jetzt wirklich durchgebrochen. Und das, was jetzt vorgeschlagen ist, ist natürlich eine teilweise Rücknahme der Belastung der Landwirtschaft. Aber sie trifft natürlich und betrifft nur ein Teilpaket der Gesamtbelastung der Landwirtschaft, die in den letzten Jahren auf uns und auf mich auch und meine Kollegen zugekommen ist. Aber Herr Hartelt, den Bauern, denen geht es doch finanziell derzeit so gut wie nie. Das hat sogar der Deutsche Bauernverband Anfang Dezember erklärt. Das durchschnittliche Unternehmensergebnis ist auf ein Allzeithoch gestiegen. Ist denn das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für so massive Proteste? Dann bitte ich Sie, ein paar Seiten weiterzuschlagen. Der Situationsbericht, der aufgrund von Buchführungsergebnissen erstellt wird, weist das zwar aus im Schnitt. Aber wenn Sie mal nach Rheinland-Pfalz gucken, ist am unteren, weit am unteren abgeschlagenen Ende dieser Statistik, steht das Land Rheinland-Pfalz mit gerade mal 12 Prozent für das Wirtschaftsjahr 2022-23. Und das liegt daran, dass die Sonderkulturbereiche, auch der Weinbau von diesem Top-Ergebnis dieses Wirtschaftsjahres im Schnitt überhaupt nicht partizipieren konnte. Und ich muss für meinen Betrieb sagen, wir hatten eines der schlechtesten Ernten in diesem Jahr, sodass teilweise, Gott sei Dank, durch die guten Preise das Ergebnis gerade gerückt wurde durch die guten Preise und kompensiert werden konnte. Aber für uns hier in Rheinland-Pfalz war diese Spitze überhaupt nicht spürbar. Jetzt sind aber ja Demonstrationen und Proteste das eine. Was gestern Abend an der Fähre von Robert Habeck passiert ist, das ging deutlich darüber hinaus. Wie bewerten Sie denn diese Geschehnisse? Genauso wie es der Deutsche Bauernverband heute auch bewertet hat und auch im Vorfeld schon verkündet hat, wir distanzieren uns ganz deutlich von jeder Art der Gewalt, der Bedrohung, der persönlichen Übergrifflichkeit. Das ist nicht der Stil der deutschen Bauern, sich so zu verhalten. Das war eine Ausnahme. Und wir grenzen uns ganz klar ab. Und das wird natürlich bei der Dynamik, die wir im Moment haben, versucht, von irgendwelchen Randgruppen, Querdenkern, Aluhutträgern und wie sie auch immer sich selbst benennen, sich auf die Bewegung aufzuspringen. Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit. Unsere Devise ist die Devise des Bauernverbandes. Wir demonstrieren auf den Grundrecht, auf unseren gebrieften Grundrechten und aber auch im Rahmen dieser Grundrechte. Finden Sie denn dann, dass ein Galgen, der aufgestellt wurde, an dem eine Ampel hängt, hier in Rheinland-Pfalz angemessener? Nein, überhaupt nicht. Auch hier ganz klare Distanzierung von solchen Bildern, das ist nicht unser Stil. Das halten wir auch überhaupt nicht für gut. Das sollte nicht sein und ist nicht in Ordnung. Ganz einfach. Aber Herr Hartlitt, was wollen Sie denn dann nächste Woche mit den Protesten überhaupt noch erreichen? Die Bundesregierung, die wird ja wohl nicht noch weiter auf Sie zukommen. Das werden wir absehen. Wir werden unsere angekündigten Demonstrationsmaßnahmen so durchziehen. Das sind in erster Linie die von uns unterstützten Maßnahmen des LSV, die am Montag mit weitreichenden Blockaden auch Sternfahrten zum Teil bundesweit stattfinden. Am Mittwoch findet unsere Kundgebung im Regierungsviertel in Mainz statt. Und am nächsten Montag ist nach wie vor die große Demonstration in Berlin geplant. Wir fordern nach wie vor die komplette Rücknahme der Streichung der Dieselrückvergütung. Auch ein stufenweiser Abbau ist ein Abbau, der massiv finanziell auf unsere Betriebe durchschlägt. Herr Hartlitt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Herr Hartlitt, ich danke Ihnen.